Servus und Hallo und Willkommen zurück zu Top-Puppet-Dead-Performance Das letzte Mal sind wir den ganzen Jokai-Mountain wieder runtergekraxelt Dank der Trümmerung und so Achja, ich war dann in Mayuhiga Gottseidank, weil da bekam ich Fliegen oder halt so ein Gap-Border-Dingsbums Sonst kann ich da hin teleportieren wo ich will Ich hab ne Shikieki und ne Letty gefangen Friisela und Big Boss Und ja, die sind jetzt quasi so zum Teil in meinem Team Ich muss aber ein bisschen mehr aufteilen fällt mir grad auf Du hast genau 50 Du bist Ähm 34 31 Ah ja genau Das der Ich find die Style-Chins-Sachen voll cool Ähm Ja Achja Komachi haut sich jetzt mit dem Pallen selbst am Arsch da aus sich im Arsch zu kratzen Ähm Ähm Du bist auch 50 Die sind alle 50 Ok Ich glaub ich hab nur die drin die nicht Level 50 sind Ok Ah ja Ich glaub ich hab Tenji Ja genau Tenji hab ich auch verprügelt Und hab Naja Mit Tenji auch gefangen Ja Ich 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 warte noch Vielleicht geht sich da ein bisschen Ausgleich aus Äh Äh Ich muss mich dann äh Östlich halten Glaub ich Oder bin ich zu östlich Ich glaub ich bin zu östlich Da kann ich rauf genau Ba 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 Oh Ich halte keinen Schutz Huyo 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 Oh was mir grad auffällt Wie viel äh Ok 13 reicht noch Es geht noch Das ist noch normal So Rein da Cave to the Unaccount Mal sehen wann der erste Unaccount bekommt Huyo 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 Lass dich nicht stören Ich bin nur auf der Durchreise So Huyo 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 Naja, da hilft auch kein Speed, ich bin auch schnell. Ah, schön, wenn man weiß, dass Speed-Viecher... Oh, Power Tokiko, Interessant. Ach, shit, die hätte ich grillen können. Oder? Das tat weh. Oh! Oh! Interessant! Aber... Nö. Was? Äh... No, mein Spezie-Attack. Na, warte. So, totgegrillt. Next. Ich glaub, das reicht trotzdem für dich. Du bist reiner Flugtyp. Es kann ja nicht sein, dass du das überlebst. Eben. Wow. Wow. Richtig geschreddert. Friede, Fiete, Fressel, Klicken, Level Up. Äh... Gleich mal. Wie sind's der? Okay, Special-Tab. Achso, mehr geht nicht. Okay. Und was war er? Will die Change nochmal? Was war bei ihr? Will die Change nochmal? Flawless. Hm. Ja. Hm. Also da, da können sie sich nicht heilen und da... äh... Könnt' ich... Könnt' ich so... Tuben und aus... äh... Statusangriff mehr besser ausweichen. Nö. Egal. Erstmal State-Stats erhöhen. Also das PO... Kann nicht mehr erhöhen. So mal. Ein bisschen gehe ja noch. So. Ah, Moment. Jetzt heils mir grad ja auch. Hm. Faction. Welche Attacken hast du jetzt grad? Breakshot? Achso, das ist äh... Durchbruch. Atomic Energy. Genau, das ist äh... Gigasarger. Exploding Knuckle. Und Zweigshot. Grisela, was kannst du für Attacken? Energy Absorb. Snowball Fight. Ahja, du bist ja jetzt... A... Wasserpflanze. So, Energy Absorb. Also Gigasargerin anders. Ähm. Okay. Ähm. Ähm. Nichts da. Das ist... Ja, Gena und Erholung. Was könntest du nochmal? Will always lower the speed. No. 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 Oh. Also nein, da... Da... Jetzt weiß ich's wieder. Da hab ich ja... Ähm. Mich entschieden wegen Saugattacken. Dass ich da stärk... Dass jetzt sich das mehr lohnt. Weil ich da... mich erholen kann. Ähm. Will er jetzt raus? Oder soll ich raus? Oh. Was? Ne. Gift. Defense Sager. Und zeigt mir wieder den blanken Hintern. Da. Wir gegrillt. Tod. Naja. Besiegt er. Oder bei Yab. Doch. Das braucht man so. Oh. Schade. Ich frag mich aber da... Oh. Oh. Okay, ich hab noch acht Talis-Mahne. Ich hab riesen... Meine Güte! Nouaou. Das hätte einmal bisschen verkaufen sollen. Wurscht weiter... Ähm... Chirai Bon... The last geht wieder weiter. Servus Yamame... naja ja was du wohl hast es ist regel magst du nicht oder hast du nicht ich gehe mal auf badmund ich glaube ich habe das speziellangriff ziemlich vernichtet okay du bist nicht okay nichts passiert ich dachte schon oder bist nature liegt auch negativ ist ich sehe wir so überlebt aus aber der scheint rückt ja schein drückt und jama me bist 100 pro boon typ oh fuck dann im flash bullet so bisschen verwirrung warum nicht das tut weh infektion kleptomaniac infektion naja besser zu mr wd wechseln no longer confused das hat ja viel gebracht strategy nein mein prio-muff ist im arsch naja ne nicht reverse splash nicht sehr effektiv okay dann aqua cutter ja ich habe gewonnen oh das gilt für frisella julie kommt nicht zuerst passen Oh nein, ich heil erst mal. Oh nein, ich habe keine AP-Move. Scheiße. Ein bisschen doof. Ähm, ja genau. Michelle hat ja nur ein Skigel. Blessing of Mana. Oh, not enough pee-pee. Das wäre quasi Genesung. Hm. Hm. Oh, Skigel 73. Was ist denn das? Äh. Bagi-gagi-bagi-bagi-bagi-bagi-bagi-bagi-bagi. Oh. Toll. Tiefere. Oh Gott. The bridge people no longer cross. Ja, scheiße. Warum habe ich keine Lichtteile? Hm, das ist so blöd. Keine, äh, AP, äh, Utems. Oder? Keine, ob es da ist, ob es weitergeht, weil es existiert. Nein. AP sind immer noch in Mimer. Okay. Oh Gott. Parsi would like to duel. Na, das ist jetzt Intense. Okay, Yamami wieder. Hm. Funktioniert bei dir Elektro? Natürlich nicht. Pebble? Au, au, au. Und meine Erkürze geht auch noch down. Und Infection kommt wieder. Okay. Mr. Able, die los. Wenn du ein Gesteinsviech bist, dann kannst du gegen Wasser gar nichts ab. Das ist auch sehr effektiv. Oh nein, meine Erkürze. Oh nein, meine Strategist. Na, warte. Äh, ups. Reverse Splash. Ich bin sowieso langsamer. Das wird jetzt ein One-Hit. Wenn es trifft. Es trifft. Sehr gut. Guck, ihr macht mich's double, die. Die wenn es passt. Oh Gott. Äh, Operation Warning? Passt. Passt. Ich warte mal. Wenn überhaupt was daherkommt. Das sieht so so special aus. What? Ähm. Moment mal. Ähm. G-Wipe-Bahn. Guck mal. Moment, komm mal. Ich muss nach vorne. Gleich alle drei hintereinander. Höh. Noch mal G-Wipe-Bahn. So. Okay. Hi, Yugi. Wow, ihr Sake-Ding ist ziemlich klein. Oh ja, let's go wild. Yugi would like to duel. Oh Gott, Power-Suica. Ähm. Sora-Attacke? Äh, das hat geklappt. Kasen. Verdammt, was hast du für ein Typ. Äh. Noch mal Acker-Karte. Äh, normal. Backhand-Strike. Was auch immer das heißt. Hat weh. Äh. A Parish-Warning, das hat gegen Parsi zum Richtig-Bahn funktioniert. Äh, Mist. Tschüss, Mr. WD. You did well. Äh, Money. Bei dir müsste Fandafors was tun. Jawohl. Yugi sendert Yugi. Power-Yugi, ja, natürlich. Äh. Nee, ich geh auf Nummer sicher. Okay. Resistent gegen Dark. Autsch. Thunder Force. Okay, bist kein Bohn-Typ. Und, hält's speziell nix aus. Und, neues, neues Skill für Marni und, äh, Mr. Aldi lebt wieder. Gottfeeling. Oh, jetzt wird's langsam so, ähm, ein bisschen interessanter mit der Story. Ähm, Farmer Hell City. Cool. Ne Stadt im Untergrund. Das hat auch was. Was ist das denn? Huh, huh. Was mich jetzt eher interessieren würde, wären Bonica Center. Äh. Aber erstmal gucken, was das ist. Star, Flare, Burr, weil sie haben... Nee, Blödsinn, das war nicht aus. Äh, Skworgoth, Angelic, Wetter, Terrain. Hm. Allzu high tone. Ich denke, die... Interessant, na ja. Bis zum nächsten Mal.